Harald, der hat Rode. Ehrlich gesagt ist mir das vollkommen Wumpe. Ich kann mit den ganzen britischen Stämmen da sowieso nichts wirklich für anfangen. Also Königreichen meine ich. Ey. Was denn? Ach ja. Jetzt spielen wir nicht die beleidigte Leberwurst hier. Produktion. Was bauen wir jetzt hier? Ein Lager wäre vorteilhaft. Kommen wir mal hier hin. Du siehst mich zum ersten Mal. Dann herzlich willkommen. Ich freue mich für dich, dass du mich jetzt zum ersten Mal sehen durftest. Candy, wie viel Forschung machst du pro Runde? Wüsstest du gerne? Also du musst mindestens 35 machen. Na, mache ich auch. Du machst genau 35? Mindestens 35. Kannst mir auch sagen, ich tue dir nichts. Ich sag dir, auf welchem Kontinent ich bin, ja? Auf welchem Kontinent bist du denn? Australien. Was denn? Alles gut. So, sagst du mir jetzt, wie viel du Forschung pro Runde machst? Nö, ich kann dir aber sagen, welchem Kontinent ich bin. Arsch. Hallo, liebe Zuschauer. Die Norweger erkunden schon die ganze Welt wieder. Alles hat seine Grenzen. Die Marine hat sowohl Tradition als auch eine Zukunft. So, Forschung. Ausrichtung. Bei mir ist jetzt irgendwie verpackt. Bei mir steht Einheit benötigt Befehle, aber... Benötigt eigentlich keine? Ja. Classic. So, ich kann wieder einen Gesandten verschenken. Kann ich eigentlich schon mit Glauben einkaufen? Ja, kann ich. Cool. Dann wollen wir jetzt mal Städte bekehren. Ich kann halt keine Runde beenden. Kannst keine Runde beenden? Ja, weil... Ich würde Einheiten benötigen Befehle, aber wenn ich drauf hätte, was passiert hätte... Schick mal, Skate. Du kannst doch die Befehle abbrechen. Nein. Also... Der Button, da steht Einheit benötigt Befehle, aber... Deswegen kommt auch kein... Hier... Runde überspringen. Runde beenden. Wieso kann ich den zur Legion verbessern, wenn ich kein Eisen habe? Kann das mal einer erklären? Naja. Nächste Runde. Jetzt hast du es geschafft. Woran lag es? Ich habe einfach alle Einheiten manuell durchgelegt. Achso. Boah, habe ich viele Einwohner, ey. Schrecklich. Wie viele hast du denn? 3, 10, 14, 20, 24, 25. Schön. Der nächste Siedler wird schon gebaut. Und ich habe endlich die Wörter getötet. Pssst. Ach ja. Ja. Es gibt noch keine zweite Religion auf der Welt. Bin ich einfach froh. Ich habe immer noch nur 10 Religionen, die ich aus einer Stammesdorf-Waffe bekommen habe. Als nächstes ist Norwegen dran. Und Ken, du bist tatsächlich auf Platz 3 beim großen Propheten. Wie kann das sein? Tschüss, Kluppler. Weil alle anderen 0 haben. Ich habe... Ach, okay. Warten auf Holyfister. Boah, ich habe ein paar Einheiten zum Rumschieben. Du auch. Und bei mir auch immer mehr. Ist schrecklich. Ja, ne? Es ist traurig, aber ich habe jetzt schon mehr eine als die letzten Games. In den ganzen letzten Games zusammen? Nein, nein. Mit Persien hatte ich... Mit Persien hatte ich... Guten Hunger, Kluppler. Die thermische Stärke ist irgendwie ein bisschen bello. Erstaunlicherweise bin ich ganz hinten. Ja, ne? Obwohl du die meisten Städte hast. Ja, weil ich nichts anderes rekrutieren kann, weil ich gerade nur Siedler rekrutiere. Oh, ist das etwa ein Zeitpunkt zum Eingang? Naja, nicht wirklich. Die Städte sind ja alle gerüstet. Wölf ist jetzt nicht so groß in Verteidigung. Ich kann ja nur von den Städten reden, die ich sehe. Ja, die eine. Leute, soll ich morgen noch mal einen Stream machen mit dem Kusch oder habt ihr keinen Bock drauf? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Also in den Chat. Würde mich mal interessieren. Viel Zeit bleibt ja nicht, um die 100 Runden zu schaffen und nächste Woche kommt schon Thrones of Britannia und bis dahin möchte ich das Kusch-Let's Play durchhaben. Es wird nur noch nachveröffentlicht, alles andere. Um 7 Uhr immer noch. Ne, 6 Uhr morgens. So war das. Auf wen warten wir jetzt schon wieder? Candy, Mensch. Ja, bei mir wird es jetzt ein bisschen dauern. Hast du eine Religion? Ne, ich hab's in Glauben, Junge. Ah, dann. Wie du nicht mal eine Religion gründen kannst. Ich hab mich schon so weit ausgeht, aber hab noch keinen anderen... Also, den einzigen anderen Spieler, den ich von der Region her gefunden habe, wo ich weiß, wo er lebt, ist Holy Fist, aber ich hab Sparta getroffen, ich habe England getroffen, ich habe Norwegen getroffen. War ja wieder klar, dass wir nebeneinander sind. Ja, irgendwie schon. Ich hab bis jetzt eine Phoenix getroffen. Du hast Phoenix getroffen, dann bist du ja nicht weit weg von mir. Naja, seit ganz Osten. Mein Handy hat vibriert. Sie haben eine neue Nachricht. Yo, gleich da. Von Holy Fister. Jo. Willst du was gucken? Ach, nichts Wichtiges. Ach ja, so. Nächste Runde. So, wie viele Städte habt ihr jetzt mittlerweile? Äh, Betriebsgeheimnisse. Betriebsgeheimnisse. Vier. Ich bin dabei geblieben. Du bist dabei geblieben? Ja. Sag's. Ja, dann holst du mich ja langsam ein, Phoenix. Ja, Lächeln. Ja. Und alle warten auf Phoenix. Auf Rom. Ja, weil ich gerade beendet habe, weil ich mir ein Handwerker kaufe. Weil Phoenix vorher noch dran war. Äh, bin kurz weg. Und weg ist er. Aber jetzt wird meine Nation blühen. Die Baban sind weg. War das das Kriterium dafür, oder wie? Ja. Ich konnte halt keine Stadt bauen, weil wir ein Baban waren. Scheiße, ich muss ein Baban bauen. Ah, dann hau mal rein hier. Ah, wo schickt man dich hin? Ich schicke mal nach Kumal. Oh, ich kann mir den nächsten Missionar holen. Cool. Cool. Holy Fister hat Banda Brunei den Krieg erklärt. Richtig. Du bist ja ein böser Bub. Wollte ich erst fragen, aber dann habe ich mir gedacht, ne. Dann sagt er auch noch nein. Ja, schrecklich. Ich habe ja gesagt, ich muss bald Krieg führen. Die sind in meinem Gebiet, weißt du. Ja, ja, ja. Du sagst, dass es deins wäre, aber es ist es eigentlich nicht. Ich sehe mich da schon, dass es mir gehört. Ich sehe mich da schon, dass es mir geht. Ich sehe mich da schon, dass es mir geht. Habt ihr noch irgendwie Stadtnamen, Leute? Schreibt es mal rein. Also ich bin mir noch dafür, dass so eine Stadtkorn hat, einen kleinen. Nein, das werde ich nicht machen. Ich werde höchstens reinschreiben, Candy hat einen kleinen. Denn ich will keine Unwahrheiten verbreiten, das weißt du schon. Wo kann man dich denazieren? Du kennst mich noch gar nicht. Du kennst mich noch gar nicht, mein Freund. Ich weiß, deswegen ja. Einfach mal nicht mein Katapult an, was soll man? Eine neue Missionar, bitte. Uh. Was baue ich jetzt? Bibliothek. Und alle warten auf Friendly Phoenix und Holyfister. Gibt's ja nicht. Noch ein bisschen Türen gießen. Runde gehört zu mir. Hogwarts ist tatsächlich eine meiner besten Städte in Sachen Forschung, fällt mir gerade auf. Es ist ja auch Bock geworden. Haha. Ähm. Phoenix? Würdest du es auch für das machen? Die Stadt wurde konvertiert. Wie fühlst du dich ab in die Stadt konvertiert? Ich habe nicht. Habe ich gesehen. Kann ich mir gleich die nächste holen. Als nächstes ist Bandabrunai dran. Uns ist schon aufgefallen, wie die Religion heißt? Haha. Da? Jetzt. Haha. Haha. Ja? Ich würde auf Norwegen aufpassen. Wieso? Wieso? Weil die mir gerade ein schönes Angebot gemacht haben, dass ich nicht angreifen soll. Okay. Ja, die mögen mich nicht. Das steht hier auch. Die mögen mich nicht, weil ich keine Schlotte habe. Ich auch nicht, aber wir machen so Angebote. Das ist irgendwie komisch, ne? Hm. Hm. Hm hm hm. Awww. Ah, so kann man auch schön Geld verdienen. Auf in die nächste Runde. Ronny, welche Wissenschaft im Grunde hast du? 32 Grad. Okay. Ich baue ja auch gerade nichts dafür. Okay, okay. Ja, wie seht du gehst, weil er Kultur wird. Was mache ich? Kultur. Nee, mache ich gar nicht. Das kommt nur, weil ich viel Städtegründe. Expansionist. Sonst wäre das gar nicht so. Hm, hm, hm. Hm, hm. 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 Du bist ein wenig zu spät, Phoenix. Ich habe eine Runde vorher meine ganzen Gewürze verhandelt mit den KI-Spielern. Wow. Ich musste jetzt warten. Aber ich kriege gleich Räucherwerk. So in zehn Runden ungefähr. Zweimal. Auch Menschen können kaputt gehen. Nicht nur Maschinen. Ja. Ja, es ist durchgekommen. Ja. Ja. Was ist das? Äh, wie ist, äh... Was ist los? Phoenix, wie ist deine Meinung zu Australien? Bands weg! Jojo, bis gleich! Ja, Australien!